Das Publikumsvoting ist zu Ende. Ab jetzt liegt alles in den Händen der fünf Juroren. In der Jury zum Preis für den Dojunji des Jahres 2014 sitzen Carlsen-Redakteur Michael Peter, Verlagsleiter von Tokio Pop Deutschland Joachim Kaps, Mangaka Mikiko Ponczek Und Mangaka Martina Peters Das sind nur vier. Ganz richtig. Der fünfte kannst du sein. Du liebst deutsche Manga ebenso wie wir? Dann bewirb dich jetzt unter dojunjipreis at animando-online.de Mehrere Informationen erhältst du auf www.facebook.com Das Publikum hat entschieden. Folgende acht Werke werden der Jury zur Ansicht vorgelegt. Passade Erinnerung von C.K. Johnson Brave von Bear He is Half Baked von Holzesserin und Salamandra Ivy Road von Katscha Pentagon 12 von Ryoko-san Schwarzer Kater von Menoli Stupid Girl von Hash-Hassi Und Verwundbar von Marie-Marie Nach der Animagic erfahrt ihr, welche drei Werke es in die Finalauswahl schaffen werden und welcher Künstler weiterhin die Chance auf den mit 1000 Euro dotierten Preis haben wird. Es bleibt weiter spannend. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Einsendern und wünschen den acht Favoriten viel Glück und eine spannende Zeit.